Und diese Verbindungen halten erst die physische Welt zusammen. Halten uns zusammen. Ja. Ja, nein, das war klar. Bei Tester gibt es ja etwas anderes. Das sagt dir, dass du deinen Garten verstanden hast. Ja, aber... ...ich verraten wir uns. Was heißt, nein, nein, es gibt keiner dran in der Wissenschaft. Aber die Sache ist die richtige Antworten und falsche Antworten. Danke.